Obwohl Amazons Fire TV Stick nur über zwei Anschlüsse verfügt, ist es dennoch möglich einen externen Wechselträger wie eine Festplatte oder einen USB Stick zu verbinden. Wie das geht und was du dafür brauchst, zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Abonniere meinen Kanal jetzt für weitere Videos rund um Hard- und Software für PC und Handy. Zunächst einmal brauchst du zum Verbinden, eben weil der Fire TV nur über zwei Outputs verfügt, ein USB-OTG-Adapterkabel mit Micro-USB. Hier siehst du einmal wie das Kabel aussehen soll oder du schaust einmal in die Videobeschreibung, dort kannst du so ein Kabel auch direkt kaufen. Auf der weiblichen Seite des Micro-USB-Kabels verbindest du das Stromkabel, welches ursprünglich direkt im Fire TV Stick seinen Platz finden würde. Die männliche Seite des USB-Steckers kommt entsprechend in den Stromanschluss vom Fire TV. Sobald du nun auch den Netzstecker in die Steckdose steckst und den Stick über HDMI mit deinem Endgerät verbindest, startet wie gewohnt das Fire TV Interface. Nun bleibt aber noch ein Steckplatz frei, den kannst du für deinen externen Wechselträger nutzen. Hier kannst du jetzt einen USB-Stick, eine Festplatte, dein Handy, sogar eine PC-Maus oder andere Geräte anschließen. Beachte allerdings, dass gerade beim USB-Stick es eventuell erforderlich sein wird, ihn vor dem Nutzen am Fire TV zu formatieren. Verschiebe daher die möglichen Dateien erst nach einmaligem Anschließen auf den USB-Stick. Nun erscheint eine Meldung, dass das USB-Laufwerk erfolgreich formatiert wurde und jetzt verwendet werden kann. Da der Fire TV Stick mögliche Bilder, Videos oder andere Inhalte nicht ohne weiteres vom Stick wiedergeben kann, würde ich dir raten, den ES File Explorer herunterzuladen. Diese Anwendung ist kostenlos und einfach über die Suche oben links aufzufinden. Nach der Installation und dem Öffnen bestätigst du den Zugriff auf deine Daten. Hast du deinen Wechselträger verbunden, müsste er jetzt oben in der Liste auftauchen. Die Steuerung in der App ist ein bisschen frickelig, aber möglich. Für die Wiedergabe von Bildern gibt es vorinstalliert schon den ES Image Browser. Möchtest du auch Videos vom Massenspeicher anzeigen lassen, kannst du hierfür die App Kodi oder den VLC Media Player am besten verwenden. Beide sind ebenfalls kostenlos und im Store zu haben. Wie du Kodi installierst, zeige ich dir in dem jetzt verlinkten Video. Für alle anderen Dateitypen gibt es mit Sicherheit auch noch eine richtige Anwendung, die installiert werden muss. Durchsuche hier für die richtige App mal den Store oder das Internet. Möchtest du jetzt noch wissen, wie du dein Handybildschirm über den Fire TV Stick live auf deinem Fernsehen streamen kannst? So schau mal in das jetzt verlinkte Video. Weitere Videos dieser Art findest du auf meinem YouTube Kanal. Tschüss!